Serranius, 0 Punkte für die Bewertung Serranius, 0 Punkte auf den Text Serranius, 0 Punkte auf den Text Serranius, 0 Punkte auf den Text Serranius, 2 Wörter bestimmt Mich verarschen Bad Rating Natürlich kann man 0 Punkte auf Text geben Was reden die für'n Scheiß? Jetzt mal ehrlich, ey Wir betteln doch den lebenden Beweis Ja zum Beispiel war die Line mit den Prozenten ziemlich kacke Ich man, weil dein Beat so heißt, bist du halt auch nicht dope, du Affe Deine ganzen Textfehler bereust du eben mega teuer Du bist die Sinns-Loot, warum machst du dann auf Fegefeuer? Gleiche Stimme, gleiche Maske, gleicher Style Und du frontest deinen Gegner mit einem Ball Warum zündest du vier Kerzen an? Hä? Junge, kannst du das nicht sein lassen? Ey, das sieht nicht gut aus und es ist auch nicht Weihnachten Doch ich hab gemerkt, du machst die Scheiße schon mit Absicht Denn du zündest deine Kerze an, wenn du einmal den Pakt triffst Es ist nicht zu glauben, dass er uns rauskickt Denn die Mönchskunde verrät, dass er ne Jungfrau ist Mit der grusel Stimmung schreckst du nicht mal Kinder auf Du zündest Kerzen an, wir pusten dir die Lichter auf Oh Dark, du wirst dem Achtel schon gefickt Und deswegen zünden wir jetzt eine Kerze an für dich In die nächste Runde kommst du leider nicht Aber dafür haben wir ein paar Kerzen für dich Oh Dark, du wirst dem Achtel schon gefickt Und deswegen zünden wir noch eine Kerze an für dich In die nächste Runde kommst du leider nicht Aber dafür hast du jetzt Kerzen, du Bitch In die letzte Runde flontest du dein Gegner mit Distortion-Sound Und jetzt fliegst du Spaß selber gegen Distortion aus Doch die Maske hat Bedeutung für den Handelmann Denn jeder mit der Maske an war an seiner Mama dran Dieses unheimliche Image haben wir gleich bei diesem Spaß gecheckt Du bist so creepy, deine Mengspur läuft von deinen Doubles weg Scheiße labern und auf Psycho machen ist der Überschild Der irrischt mich oder ändert der Typ am Psycho nix Stark ist nicht der Hetze, das war mir vom Namen klar Denn er gratuliert seiner Mama am Quartertag Wir helfen gerne dir scheiß Opfer zu fliegen Ich fänd das komisch, während meine Freunde Monster Maschinen Die gesamte Angrifffläche nutzen, Hetze unseren Part gesprengt Denn du bist der Scheiße, nee du hast dich nur nicht angestrengt Egal was du machst, du wirst dir gnadenlos gefickt Vielleicht ja nächste Staffel, deine Doubles warten schon auf dich Oh Dark, du wirst im Achtel schon gefickt Und deswegen zünden wir jetzt eine Kerze an für dich In die nächste Runde kommst du leider nicht Aber dafür haben wir ein paar Kerzen für dich Oh Dark, du wirst im Achtel schon gefickt Und deswegen zünden wir noch eine Kerze an für dich In die nächste Runde kommst du leider nicht Aber dafür hast du jetzt Kerzen, du Bitch